Das ist einer von mir, da kannst du auch super gerne ein bisschen mit spielen. Mach dir so nett mit dem Rage, aber ich kann mal anfangen. Auf den nächsten Zug, es ist schon lange genug. Wo bist du? Ich stehe schon am meisten braun. In einem Meter vom Abgrund stehen und ich einfach weiter raun. Wo bist du? Bist du jetzt meine Hand? Glaub mir, was ich sag, ich schau's und stößt sie ab.